das länder schönen guten tag abend was auch immer ich bin hier bei linket pro oder pin was auch immer und er hat mich jetzt dazu rumgekriegt Slender zu spielen freut er sich so hässlich ich muss jetzt hier denke ich mal die Seiten suchen und irgendwie auf den schwarzen Mann mit dem weißen Gesicht aufpassen wenn man das Wort echt war hier ich bin hier gespawnt, Paulus hier gespawnt es gibt hier halt einen Zaun den ich nicht kaputt machen kann, also ich kann nicht wegrennen ich muss halt die Seiten suchen und ich will nicht mehr kann ich irgendwie das Licht ausmachen? ja und ich muss das ja der rechte macht's aber nicht besser so ich denke mal könnte doch, sieht doch so aus so ein Baum, alles Bäume und dann auf immer hier so ein großer Baum ohne irgendwas auch gucke doch also das wird der Wald sein, in dem ich bin und das da wird der Slender sein, da was muss ich eigentlich machen, wenn ich den sehe? den nicht mehr angucken weil ähm reicht da, wenn ich das Licht ausmache? nee der schimpft dich trotzdem das Licht kannst du ruhig anlassen das ich will nicht mehr warum ist denn die Musik so warum ist denn die Musik so scheiße? ich will mich nicht umdrehen dazu wird mich auch keiner bekommen, außer die Situation ist so gegeben warum wird denn das lauter? kann ich hier rein? ich will mich nicht umdrehen ich will mich nicht umdrehen ich glaube du hast einen verpasst, beim Truck war einer hey der ist, der ist nichts oder ist auch nichts oder doch aber eigentlich müsste ja was sein, weil wieso man das halt eigentlich was hat? Mann, ich habe immer Angst, wenn ich mich umdrehe halte können wir auch ich meine ich habe Slender schon mal gespielt, aber oh Scheiße geh weg das gute ist, ich erschreck mich nicht, weil ich die Musik nicht habe wissen ja, aber nee, der ist immer noch hier ist der Zaun nö oh Scheiße hey, ich kann mal diese Musik aufhören ja, geil was soll ich machen? nein, gehen wir nicht weit, irgendwann trussst den schon wieder alter sondern so, ich habe den nur halb durch den Baum gesehen, also neben den Baum gesehen das stimmt oh, du bist ein bisschen heiß genug nein, warst du schön das war ja schön heftig ja gut warm, Rico ja ja ganz ruhig das sieht doch mal scheiße aus, wenn du so rüber gehst und dann wenn du rechts an dem Rand guckst, denkst du der steht hier ja ja das sind nur Bäume aber das ist nur Bäume und die Lücke aber einer davon ist kein Baum weiß ich ist das Problem, einer ist kein Baum weiß du das blöd 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 du ist eine Seite blöd blöd ich habe irgendeine Seite von uns will nicht mehr wenn man auf dem Weg mann in den Nenemen ich renne dauernd nur zurück ich will nicht mehr immer da er denn da war er gerade er hat er ist schon wieder weg Ich weiß nicht, wie sie deportiert, oder was denn? Komm, ich hau dich! Komm, ich hau dich tot! Komm ran! Okay, der ist da vielleicht doch noch! Ja, der ist da vielleicht doch noch! Ja, der rennt dann links durch den Waldmann durch! Ja, da ist der Zaun! Ach so, er hat nichts gesagt! Scheiße! Riko, du kannst eigentlich mal Lea's auf 4 aufnehmen, das ist cool! Weg, 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 weg! Weg, geh, weg von mir! Mensch, ich hab dir da auch nicht getan! Ich hab deine Familie nichts getan! Ich hab die nicht angefasst! Ja, okay, deine Frau vielleicht, aber... Ja, du spielst eine weibliche Person! Ja, dann ist sie halt lesbisch! Hat halt ihre Vorzüge, da ist der Schwuck wieder! Ich stande da vorne auch! Oh, Mann, ne! Ich muss dahinten lang! Na ja! Ja! Höh! Was wird davon? Ich bin gespannt! Geht's einfach mal hier lang! Wie immer das beste ist das Haus! Wenn das Haus kommt, das ist das coolste! Da kann mich sowieso nicht hin, weil der immer... der Vogel vor mir steht dann noch immer! Was soll ich denn da machen? Weiß ich nicht! Ich würde ihn ja gerne in den Arsch latschen, aber das geht ja nicht! Kannst du versuchen! Und so ne übelsten Moves auspacken, weißt du? Ja! Ja! Oh, na ja! Obwohl, das... das Spiel ist eigentlich so simpel, ne? Aber... Diese Musik und... dann steht der auf einmal vor dir... Und du weißt ganz genau, wenn's... Guck mal, rechts! Das ist jetzt rechts! Was ist neu ist? Geh mal da lang! Ja, geh mal da lang! Und wenn du weißt, das fängt an mit Rauschen und dein Bildschirm verzerrt sich... Renn! Wann wird weg? Jawoll! Da sind sie ja! Das ist das Häuschen! Sind sie mich wirklich umgeregt? Ich geh wieder! Oh mein Gott, da sind die Seiten dran! Die musst du... Ja, nein! ロール, nein! Hihi! Woháááá! What the fuck?! Laufst du in! Das ist deine einzige Chance! Alter, nein! Ja, was wird den dann da machen! Ich bleibet einfach hier sitzen! Aber so lange am Anfang noch... Sodann du auch eine Seite hast, kann er dich noch gar nicht so verfolgen, aber es ist gut, dem Ankommen zu holen! Ich will nicht mehr! Wo die Zieße setzen! Mensch wie immer steht der in unserem Weg jetzt! Wann, dann gehst du mich! Geh links rum, rechts in Bogen, geh links rum! Ja, nee, geh nicht gut! Oh oh, oh der ist ja noch hinter mir Oh oh, ich hab Gänsehaut, Scheiß Nein, nein, ich drehe mich nicht um Oh, oh, oh NEIN, IST ZAUREN Oh oh Jetzt gerade aus, straight in Forest Der will mich doch verarschen Wer würde das? Ich bin noch nie im Haus gestorben, ich gehe auch gar nicht Ich hab's einmal gespielt, aber... Ja, so ein realistisches Haus, ja Was ist das Haus? Hauptsache es ist eng Nicht stehen bleiben Was stellt denn das? Nico, weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn ich Horrorspiele spiele? Ne Wenn man wählt, ist es tatsächlich nicht mehr so schlimm Ja, ne, doch Doch Ich finde, das hilft mir, weil der ist halt hier, hilft mir das immer Ja, aber das Schlimme ist ja Wenn ich jetzt hier wieder rumgehe Heißt, ich gehe irgendwo rin, ist eine Sackgasse, ich gehe wieder zurück Und der Vogel steht hier irgendwo Und der Vogel steht hier irgendwo Dieser dumme Hubernsohn Ah, hat die nicht gesehen, wobei gesprintet Jetzt Licht ausmachen sollen, verdammt Richtig. Richtig. Das ist halt... Oh Mann. Jetzt kommt er näher. Der folgt dir, Rico. Kommt ein Geräusch dazu. Rico? Lass mich! Kommt ein Geräusch dazu? Ich hab irgendwas gehört. Nö. Kannst du nicht schleichen oder sowas? Nö. Nö. Kannst du nicht schleichen oder sowas? Nö. Ja, ein Stuhl. Geil. Ist da was auf dem Stuhl, Papa? Nee, schon. Kann ich den nehmen und den über meinen Kopf ziehen? Ich weiß gar nicht, was macht der überhaupt mit einem? Weißt du das? Nee, der frisst deine Seele bestimmt. Warum wird das denn so krischlich? Ich muss doch wieder raus aus dem Haus, ne? Ja, aber ich war an der anderen Tür noch nie. Achso. Wo ist die Orientierung hier noch? Ich hab die Tür verloren. Jaja. Steht jetzt hier der Sack. Also auf links oder rechts steht er. Und da warst du jetzt mal schon. Nee, ich war da hinten noch nie dran. Stimmt, stimmt. Mama. Doch, hier hast du den Zell geholt. Nein, das war an der anderen Seite. Ja, und jetzt? Wieder raus? Nee, ich will hier bleiben. Macht's nicht besser. Okay, sein Mann. Ein Mann. Okay, jetzt geh mal bitte um das Haus rum, weil... Guck, er den doch da. Doch, da ist es schon. Die Dinger da links. Vor dir, genau. Da hängt auch irgendeine Seite, die habe ich auch gefunden. Ja. An irgendeinem Ding hinten dran, glaube ich. Du musstest sogar von der richtigen Seite kommen, dass du das gleich sehen kannst, ohne dich umsehen zu müssen. Und da steht gleich in so einer Lücke drin. Ja, dann geh da eine Lücke rein und dann kann er doch in eine andere Lücke umstellen. Ja. 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 Da ist er. Fick dich. Also was denn das für eine Rollisch? Ach so das, ja das ist geil. Also nee ist das nicht, aber es ist halt Kärты gestoppt. und die tasche haben beschwächer kaputt gemacht ich weiß aber nicht was ich machen kann ich hab mal ne facecamber ja, meinst du hier im dunklen zimmer? ganz ruhig das beunruhigendste ist ja daran, ich hab den schon lange nicht mehr gesehen, den Vogel der steht doch gleich hier safe oder? safe steht ja gleich hier links oder rechts wird echt schwer hier machst du mal kurz aus hier schon? nein, Mama oh, das stimmt oh, das stimmt da ist es aus, dann sieht er dich nicht, oder? ich will das nicht im 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 kann er mich mal in ruhe lassen ich muss da hinten lang ich muss da hinten lang Nicht nach links gucken. Rechts. Rechts ist alles hier oder was? Die sind echt schwächer. Oh, das ist einfach so neblig hier vorne. Äh, ein bisschen neblig. Jetzt mal fangeißen. Äh, die war immer stärker. Ja. Mann, nee, was soll denn das? So, also. Jetzt sieht man ganz gut. Finds das so aus? Ich meinst nicht. Meine Lampe ist so aus. Äh, ja. Wie soll ich denn da hinten was sehen? Wie soll ich denn da anderen... Du siehst doch genug, oder? Naja... Das ist... Wie soll ich denn da ne... Alter... Wie soll ich denn da an der Seite finden? Ach mann, der Assi ist hinter mir. Oder vor mir. Oder irgendwo. Da dreht man ganz schön um. Da dreht man immer so ein Kreis. Hat nicht gerauscht. Ja, das ist doch nicht hinter dir. Guck mal, links rum. Ich guck gar nicht irgendwo hin. Die Tasche nach mir. Ja. Das ist das schwimme. Nämlich umgrissen, der ist dann nicht. Und der sagt, sich da in die andere Richtung zu drehen nach vorne. Schade, dass man den nicht verarschen kann, man rennt so lange im Kreis, bis er die Orientierung verloren hat. So, naja, wie soll ich denn hier was finden? Da rechts, 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 rechts. Da, da, da. Wie ist das? Doch, da, doch. Geradeaus. Geradezu, geradezu. Nein, das ist keine Seite. Nicht, was ist denn das? Das ist einfach nur eine Lücke. Das ist so ein Spalt, wo ein bisschen Licht durchkommt. Geh doch mal rechts, geh doch mal rechts, geh doch mal bitte. Guck mal bitte, da war noch, da ist safe was, da ist was rechts. Nein, das ist eine Lücke, wo Licht durchkommt, das ist keine Seite. Mach mich jetzt nicht schwach, Herr. Lass dich nicht lachen. Also diese Musik hört mich am meisten an. Ja, das ist auch das schlimmste. Ich hab zum Beispiel auch keine Angst. Alter, da war er wieder. Wie geil, oder? Merkst du das? Da? Ja. Ja. Ich geh jetzt auf das zu, was du gemeint hast. Das ist eine Lücke. Ach so, okay. Und das ist auch eine Lücke. Ach so, okay. Scheiße. Scheiße Alter Alter Schweden war das heftig Aber was heißt An dem Spielmann soll sie nicht umdrehen Ja wo soll ich jetzt hin Alter Ruhig das reicht Nico das hat noch was Wie ist dein Fazit zum Spiel Ist halt Slender Ist halt Slender Müsstest du dir mal hier die andere Version holen Ja die kostet aber Geld Ja Aber sonst war das ganz cool Jetzt hier war Immerhin fast die Hälfte gefunden Weil halt nur Ich hätte es ja noch weiter geschafft Aber meine Taschen haben bisher halt ausgegangen Ich habe ja auch nichts mehr gesehen Also Dann sage ich einfach mal Tschüss Spielt es nicht Doch spielt es Holt es euch Das macht Fehl Da kann man auch irgendwie kein Video machen Wo man euch Tipps geben kann Es ist einfach nur Zufall Ob man das findet Oder nicht Also Ob er dann hinter dir steht oder nicht Also Haut er rin Macht sie gut Tschüss Alter War gut ja Richtig 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 Richtig